Der Sonax Pflegeratgeber Der Sonax Insektenentferner wirkt als Spezialist schnell gegen Insektenreste auf Glas-, Lack-, Chrom- und Kunststoffoberflächen. In den Sommermonaten sind sie der Feind eines jeden Autofahrers. Sie schlagen massenhaft in die Front eines Fahrzeugs ein und hinterlassen einen unschönen Anblick. Insekten. Wer nicht schnell handelt, bringt sein Lack in höchste Gefahr. Denn Insektenschmutz brennt sich unter Sonneneinstrahlung in den Lack ein und hinterlässt irreparable Schäden. Den Sonax Insektenentferner großzügig aufsprühen. Die Formel durchdringt die festen Rückstände und weicht diese auf, sodass oft einfaches Abwischen mit dem Sonax Lack-Insektenschwamm reicht, um die Oberfläche zu säubern. Der Sonax Insektenentferner wurde auf Lack- und Kunststoffverträglichkeit geprüft und eignet sich ideal zur Anwendung vor der Wagenwäsche. Der Sonax Pflegeratgeber 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 Der Sonax Pflegeratgeber